Hallo, in diesem Video möchte ich zeigen, wie man den CPI bei einem Prozessor berechnet, der Cache-Zugriffe benutzt. CPI steht für Cycles per Instruction, das bedeutet, wir berechnen, wie viele Takte benötigt werden, um einen Befehl abzuarbeiten im Prozessor. Und das Ganze werden wir machen mit Kartoffeln, zumindest im Nachgang. Dann fangen wir auch schon mal an. Ich habe hier was vorbereitet, das ist eher nicht so ganz verständlich. Das ist die Originalversion, wie sie bei mir in der Universität steht. Da steht, dass der Gesamt-CPI-Wert berechnet wird durch CPI-Pipe. Das bedeutet, CPI-Pipe steht für die Hitrate, ich schreibe es mal hier hin, und die Abarbeitungszeit in der Pipeline, deswegen Pipe. So, plus die Anzahl der Speicherzugriffe durch Befehle, mal Zugriffsrate, mal Fehlzugriffstakte. Gut, bevor wir das jetzt hier weitermachen, will ich erstmal die Notation ein bisschen umstellen. Das ist also, ich wollte es nur hinschreiben, damit klar ist, das ist so, wie es jetzt original in der Uni steht. Und ich forme das mal ein bisschen um. Das heißt, wir haben die CPU-Pipe hier, wir haben die Anzahl der Speicherzugriffe da, wir haben die Missrate hier und die Fehlzugriffstakte da. Was ist das also? Also, hier steht jetzt Anzahl der Speicherzugriffe durch Befehl. Am besten liest man das hier anders, nämlich Anzahl der Speicherzugriffe pro Befehl. Warum steht da Anzahl der Speicherzugriffe pro Befehl? Das ist deswegen wichtig, weil wir können ja für einen Befehl mehrere Speicherzugriffe haben. Zum Beispiel bei einem Befehl, der da nicht heißt, der Befehl kann ja schon im Cache stehen oder nicht im Cache stehen. Das heißt, der Befehl muss ja auch irgendwie geholt werden. Und der Befehl selber kann ja sagen, er soll etwas aus dem Speicher laden. Und dieses aus dem Speicher laden kann ja auch wieder im Befehl oder im Cache stehen. So, was haben wir hier noch? Die Missrate dürfte klar sein, denke ich. Und der Zusatzaufwand bzw. die Fehlzugriffstakte ist der zusätzliche Rechenaufwand. Also, wenn wir einen Cache-Hit haben, müssen wir die Sachen erstmal aus einem anderen Cache oder aus dem Speicher holen. Und das dauert einfach länger. Und dieser Aufwand ist dieser Zusatzaufwand hier. Gut, dann mache ich erstmal die Pfeile hier wieder weg. Okay, was ist das hier eigentlich? Was mich immer verwirrt hat war, normal muss man doch für den CPI-Gesamtwert rechnen. Die Hitrate mal die Hitzeit plus die Misszeit mal die Missrate. Aber das steht ja hier irgendwie alles ganz anders. So, was steht hier also? Am besten vergisst man diese Formel von eben mal kurz, um das hier zu verstehen. Falls ihr damit Probleme habt. Was ist das hier? Das ist der Cache-Hit plus die Abarbeitung. Das heißt, das ist das, was wir brauchen würden, wenn wir immer Cache-Hits hätten. Jetzt ist es aber so, dass wir eine Missrate haben. Das heißt, in x% der Fälle, in Missrate-Prozent der Fälle, haben wir diesen Zusatzaufwand. Und ich denke, der Teil ist erstmal soweit klar. Hoffe ich jetzt. Also wir haben die normale Abarbeitung plus in einem gewissen Teil, in einem gewissen Anzahl, in einem gewissen Teil der Fälle müssen wir nochmal das draufschlagen. So, und jetzt, was ist dieser Teil hier? Das ist jetzt nochmal ein bisschen schwieriger gewesen auch. Der muss deswegen dazu gerechnet werden, wenn wir nur Befehle hätten und keine anderen Speicherzugriffe, wenn nur Befehle da wären. Also wenn wir nichts aus dem Speicher laden können, keine Daten oder sowas. Dann wäre das die Formel mit diesem Teil hier und diesem Teil hier vollkommen beendet und okay. Aber wir haben ja pro Befehl, habe ich ja eben schon erklärt, können wir ja mehrere Speicherzugriffe haben. Und genau deswegen muss man diesen Teil nochmal einbauen. So, wie kann man sich das jetzt alles vorstellen? Wo sind eigentlich die Kartoffeln in der ganzen Sache? Ich will das mal vergleichen mit dem Kartoffelnpflanzen. Also nehmen wir an, wir haben hier Kartoffeln und einen Boden. Ich habe versucht, diese Kartoffeln, die sind ja irgendwie, die sprießen so, habe ich versucht so nachzumachen. So, wir legen jetzt diese Kartoffeln hier in den Boden rein. Das sind zwei Kartoffeln, die wir in den Boden reinlegen. So, und die wachsen und gedeihen und irgendwann kommt dann sowas hier. Das heißt, wir haben unsere grüne Kartoffelpflanze und da unten sind irgendwelche Kartoffeln. Nein, hier sind vier Stück. So, was haben wir also jetzt? Es gibt Kartoffeln, oh, ich wechsle mal am besten noch die Farbe. So, es gibt Kartoffeln, die sind hier ganz oben am Rand. Das heißt, da steche ich mit meinem Spaten oder was auch immer, ich weiß nicht, wie man Kartoffeln erntet, steche ich da rein und hole die direkt raus. Ist also relativ schnell. Jetzt gibt es aber Kartoffeln, die sind hier unten. Und die sind nicht so leicht zu finden, weil vielleicht, ich wechsle nochmal die Farbe, vielleicht steche ich ja hier oben mit meinem Spaten rein, ich weiß ja nicht, wie groß ich im Vergleich zur Pflanze bin, und steche nur bis hier rein, sag ich mal. So, das heißt, ich muss dann buddeln und buddeln und buddeln und buddeln bis ich hier bin. Oder muss ich hier buddeln und hier buddeln und hier buddeln und hier buddeln und hier buddeln. Ich weiß es nicht. Ich weiß ja nicht, wo die Kartoffeln liegen. Ich weiß ja nicht, dass sie hier direkt darunter liegen. Sie könnte ja auch hier liegen. Oder sie könnte ja auch hier liegen. Also, der Punkt, den ich hier klar machen will, ist, ich habe hier zwei Orte, also mehrere natürlich, aber ich habe hier grundsätzlich zwei Orte. Einen Ort, wo ich relativ schnell zugreifen kann, einen Ort, der relativ lange braucht, bis ich an die Kartoffeln zugreifen kann. Das heißt, wir wollen jetzt einfach mal aufstellen, wie lange brauche ich eigentlich, um meine Kartoffeln hier zu ernten. Und das schreibe ich jetzt mal hin. Also, wir brauchen auf jeden Fall mal die Zeit, um eine Kartoffel, ich muss ja hier mit dem Spaten rein, ich schreibe mal das nochmal hin, ich muss mit dem Spaten rein und die Kartoffel rausholen. Das schreiben wir auch mal hin. Also, wir haben Graben oben, weil wir ja oben graben, plus das Rausmachen. Also, die Kartoffel dann rausholen, wenn wir sie mal ausgegraben haben. So, und darum setzen wir jetzt am besten die Klammern. Also, das Graben oben und das Rausholen. Das ist also dieser Teil, ich wechsle nochmal die Farbe. Dieser Teil, den wir hier haben, bezieht sich also auf diesen Teil. So, was kommt als nächstes? Jetzt müssen wir ja noch einrechnen, wie viele Kartoffeln hier unten liegen. Das heißt, wir sagen in x Prozent der Fälle, wie viel Prozent der Fälle sind das? Achso, wir rechnen hier jetzt mal plus, weil wir müssen ja auf jeden Fall immer oben weggraben. Die sind ja hier weiter unten. Das heißt, wir müssen in jedem Fall oben weggraben. So, und normal liegen die Kartoffeln vielleicht oben, aber in x Prozent der Fälle liegen die Kartoffeln unten. Wie schreiben wir das jetzt mal? Prozentualer Anteil der Kartoffeln, die tiefer sitzen. So, das ist echt mächtig, das Zeug zu schreiben. Prozentualer Anteil tiefer liegender Kartoffeln. Okay? Prozentualer Anteil. Und dieser Prozentualer Anteil, boah, der Malpunkt war ein bisschen zu fett jetzt. So, mal den Suchaufwand. Ich muss hier, ich weiß ja nicht, ob sie hier liegen, hier liegen, da liegen, weiß ich ja nicht. Also, mal Suchaufwand. So, und das sieht doch schon mal ganz gut aus. Aber jetzt will ich gar nicht wissen, wie viel Zeit ich brauche, um eine Kartoffel zu ernten, sondern ich will wissen, wie viel Zeit ich quasi brauche, um eine von den eingesetzten Kartoffeln wieder zu ernten. Ich meine, mal abgesehen davon, dass es jetzt Pflanzen ergeben, aber diese zwei Kartoffeln ergeben ja jetzt hier vier Stück Kartoffeln. Ich möchte aber jetzt wissen, wie viel ich brauche, um quasi indirekt diese zwei wieder auszubuddeln. Das heißt, ich muss noch irgendwie hier reinrechnen, wie viele Kartoffeln von hier, wie viel, also welches Verhältnis zwischen diesen Kartoffeln, die es jetzt hier zum Ausbuddeln gibt, und diesen hier gibt. Und wir sehen jetzt, abgesehen davon, dass das eine winzig kleine ist, sind das hier vier Kartoffeln und hier sind das ja nur zwei Kartoffeln. Man weiß ja, dass man mit den Kartoffeln irgendwie, so oder so habe ich das ja immer gemacht. Naja, egal. Jedenfalls, wir haben also, auf zwei Kartoffeln, die ich einsahme, kommen also zwei Kartoffeln raus. Und das muss man jetzt hier auch noch berechnen, weil wir wollen nicht von diesen Kartoffeln hier ausgehen, sondern von diesen hier. Das ist ein bisschen kompliziert, darüber nachzudenken. Zur Not einfach nochmal gucken und anhalten und lange drüber nachdenken, wenn ihr es mit den Kartoffeln verstehen wollt. Das heißt, wir brauchen hier, oh Mann, ich hasse das zu schreiben, Anzahl der Kartoffeln pro eingesetzte Kartoffel, habe ich mir mal auf meine Notizzeile geschrieben. Ich habe jetzt hier mal reingequetscht, Anzahl Kartoffeln pro Samen. Wir bezeichnen das hier einfach als Samen. So, und dann kann man das hier jetzt mal ausrechnen. Im Prinzip, wir könnten auch mal die Farbe wechseln. Also Anzahl der Kartoffeln pro eingesetzte Kartoffel, das heißt, wir haben vier Kartoffeln pro zwei eingesetzte Kartoffeln. Okay, wir haben den Suchaufwand, der ist ein x. Und wir haben den prozentualen Anteil der tiefer liegenden Kartoffeln. Wie viele liegen hier tiefer? In unserem Fall sind sogar 50% der Kartoffeln, die tiefer liegen. Zwei liegen oben, zwei liegen unten. Und dann nochmal die generelle Zeit. Wir bezeichnen das einfach mal als y. So, und jetzt hole ich nochmal die Formel von vorhin her, falls das nicht eh schon jeder gemerkt hat. Dazu wechsle ich aber jetzt nochmal die Farbe. Zu einem schicken Türkis. So, das Rausgraben, dieses Grundsätzliche, was man immer machen muss, das hier, ist in unserer Formel von vorher einfach der Cash-Hit mit der Abarbeitung. Der prozentuale Anteil tiefer liegender Kartoffeln, das ist die Miss-Rate. Der Zusatzaufwand, das ist der Suchaufwand, den wir hier haben. Und die Anzahl der Kartoffeln pro Samen, doch, wie mache ich denn da den Pfeil? Den ziehe ich einfach mal quer, dieses Bild. Der sind die Speicherzugriffe pro Befehl. Ich muss zugeben, also bis ich mir hier die Anzahl der Kartoffeln pro Samen überlegt habe, wie man hier die Analogie bilden kann, hat ein bisschen Zeit gedauert. Im Zweifelsfall lässt man das in seinem Gedankenspiel einfach weg und sieht das einfach als die Lücke in der Analogie. Aber jedenfalls kann man sich das so vorstellen, weil der Cache sieht ja genauso aus. Alles, was sich im Cache nicht direkt nahe, nehmen wir an, mein Spaten hier ist der Prozessor. Oh, ich mache es nochmal Farbe. So, der Spaten hier ist nah an dem Prozessor. Das heißt, das hier ist quasi ein Cache-Hit. Ja, sprechen ist schwierig. Alles, was tiefer ist, was ich erst suchen muss, was nicht hier oben ist, das ist ein Cache-Miss. Und ein Cache-Miss dauert mehr Zeit. Ich muss ja die Daten suchen und dann hier oben rein, und dann in den aktuellen Cache reinschreiben. Jedenfalls, das ist eben dieser Zusatzaufwand. Und jetzt diese Sache mit der Anzahl Kartoffeln pro Samen, also das ist wirklich schwierig. Da geht es einfach nur darum, um die Analogie zu bilden, dass ja ein Befehl auch mehrere Speicherzugriffe haben kann. So, und ich hoffe, war jetzt nicht zu kartoffelig, aber ich hoffe, man hat es trotzdem einigermaßen verstanden. Und vielen Dank.